Aber ich werde den mal in der Gruppe lassen. Aha. Okay, jetzt haben wir ihn natürlich freigeschaltet. Was bist du, ein Verheerer? Ein Verteidiger? Nee, brauche ich im Moment nicht. Leider kann man gleichzeitig nur drei Monster haben. Ich setze viel lieber auf Feilung als noch ein Verteidiger. Machen wir uns da auf der Suche nach den Thief. Sehr schön. Die hat aufgehört zu reden. Ja, die stecken auch Ranshee, was sie weg. Bringt aber nichts Einfaches drauf. Wunderbar. Ziele entdeckt Schreck-Essenz. Das ist er. Er muss in den Schock-Zustand. Ganz wichtig. Verteidiger, Verteidiger, Heiler. Machen wir das einfach mal. Ein bisschen Stärken kann nicht schaden. Habe ich wirklich nur Warnung? Tatsache. Tatsache. War das nochmal? Obento-Feuerer-Feuerer? Drückst du die Lass, ne? Machen wir das einfach mal. Guck mal, vielleicht machen wir schon ordentlich Schaden. Ja, kann aber mehr werden. Ja, das war's. Nein, Stern nur. Schreck-Essenz. Ja, er hat wieder was gefunden. Vielleicht ist es in einer anderen Zeit oder irgendwie so. Habe ich keine Ahnung, wie man das verwendet. Easy. Kein Problem. War hier was drin? Ja, irgendwas. Hey, Noel. Hey, Noel. Is Atlas used in some war that happens in the future? Hmm. Let me think. Yeah. I remember this. Are you forgetting stuff? My memories are unreliable. There are events I should remember, but my memory is hazy. Like I'm seeing them through fog of glass. But not this time. I remember this one. I remember this one. There was a war hundreds of years before I was born. That's when Cocoon crashed into Pulse. Hmm. How did you react? Es ist so. Ja, das kann gut sein. Okay, dann begehen wir uns mal zu Atlas, weil es töten wir die noch. Das war doch schon in FFXIII ziemlich stark. Wunderschön! Okay, auf zum Atlas!